Alles für Waffen. Ah, auf 2 und auf 3 hat man nur noch medizinische Spritze, dann hat man zwei Messen. Warte auf, da kommt was, da kommt was. Boah, Digga. Loll? Alter, der ladet ein Zeitlupe nach. Ja, bei mir war Zeitlupe, weil ich dem Handy gegeben habe oder so. Hä? Hey, Leute, was sind die noch für Waffen, Alter? Vorsicht hinter dir, fetter! Digga, Mann! Aua, ey! Hinter dir! Man muss sich viel bewegen. Ich schlag jetzt mal in mit der Schaufel. Ich glaub, die sind Loadzombies. Vorsicht, der Dicke wieder. Achso, man kann auch sprinten. Ja, hau doch mal welche. Du hast auch ne Spritze, ne? Oh, das bist du. Okay. Auch hier kannst du dich irgendwie heilen. Also, die gehen alle wanted mit dem Messer. Wir sollten erstmal vielleicht sparen. Was Money angeht, wenn die wanted mit dem Messer gehen. Ne, geht dich wohl nicht. Oh, oh. Achso, rechte Maus, das ist härter. Ja, warum steht bei mir X heilen? Hat doch gar nicht nix. Ich bin gleich tot. Ah, Kuh. Ja, wie hält man sich denn? Achso. Oh, cool. Ja, du hast recht. Komm da weg, Junge. Da ist einer mit Messern, Alter. Wir müssen den abknallen. Alter, ist das schwer. Ich hab keine Muni mehr. Ey, hier muss es doch Muni geben, Alter. Ey, das ist immer noch die erste Bälle, das ist ja geil. Ja, warte, ich durchsuch erstmal alles. Du kannst ja sprinten und wegrennen. Hä, was steht da denn gerade? Mit Maustaste wehst du die Waffen aus, ne? Tippe E? Boah, weg hier. Oder? Was? Mit Maustaste wehst du die Waffen aus, ne? So hoch und da und so. Ja, du kannst doch auf 1, 2 und 3. Welle besiegt. Ab zur Händlerkapsel. Oh, ihr zeigt mir den Weg, komm mal her, hier. Wo bist du denn? Hier, du siehst es. Ich seh dich nicht. Ja, du siehst doch meinen Namen, wenn du so durch die Wände guckst. Hä? Doch. Ich seh den nach echt nicht. Doch. Nein. Mit so'n Symbol, so'n Faust-Symbol. Ah, jetzt, ja die Faust sehe ich jetzt. Warte mal, ich muss mal kurz was umstellen. Ähm. Steuerung. Tastaturbelegung. Sprinten. Okay. Ja, der kann ja gar nicht richtig sprinten, wir sind so langsam. Ja, wenn du drauf willst. Ja, das ist ja trotzdem noch langsam. Ja, ja. Ist halt kein Call of Duty, ne? Oh, die nächste Welle kommt in 20 Sekunden, wir müssen uns beeilen hier. Was kann man hier machen? Tippen. Äh, ach du Scheiße. Na? Jetzt kann man irgendwas kaufen. Wie geht es uns, Leute? Kampfausrüstung auffüllen. Warum steht hier B? B geht denn? Muss irgendwas drücken. Wie kauf ich denn jetzt hier was? Was soll ich hier kaufen? Keine Ahnung. Ich kauf jetzt mal ein Gewehr. Scheiße, zu spät. Aber ich hab jetzt irgendwie ein Gewehr gekauft. Ihr müsst das schnell aufräumen. Gewalt ist ausdrücklich erlaubt. Oh, hier kommen welche. Ach du Scheiße, ne Burstwaffe, oder was? Verdammt, meine Ohren! Ich bin auf die Zohren neben Sands auf dem Hauptdeckwag. Kümmern euch auf Sie! Ach, ist jetzt mal ne... Ah ne, Pistole hab ich auch noch. Kann doch nur Wälder. Verteidige die Zone. Tippe auf zu Schweißer anlegen. Ach du Scheiße, was passiert hier? Ich glaub ich hab jetzt hier ne Tür zugeschweißt. Ja, danke. Ich hab jetzt hier ne Tür zugeschweißt. Das hat dir nicht gefallen, oder? Ja, keine Traumskraft. Ja, keine Traumskraft. Weil du ne Tür zugemacht hast. Ich komm da jetzt nicht rein. Scheiße. Kommst du denn wieder? Ne. Ne. Alter, was ist das denn hier? Siehst du mich? Ja. Digga, guck dir das an hier, was wie viel Messer ist. Ach so. Aua, aua. Noch nicht tot? Hinter dir, hinter dir. Ja. Hier sind verhüllte Sets. Vorsicht. Überall Digga, wo bist du? Ich brauch den. Hinter dir? So ne Spende auf dem Boden. Boah Digga, das gibt's doch nicht. Hab ich auch Granaten oder so? Ich guck immer hinter dir. Ja, hast du. Zeigst du etwa da weit. Ja, irgendwie kann man Granaten werfen. Ja. Ah. Ja, aber du musst doch irgendwie wiederkommen. Kann man das irgendwie? Nee, ich kann nur vorhöriger später Kamera wechseln oder nächster Spieler. Warte mal. Aktivieren. Was ist das denn hier? Und jetzt verpfiff dich. Hä? Irgendwas hat die jetzt getötet. Wer schießt, der trifft! Vielleicht bist du bei der nächsten Welle wieder dabei. Ja. Hinter dir kommt wer. Langsam. Du kennst mich nicht, wa? Weil ich kann die Kamera nicht drehen. Ich kann mich gar nicht drehen. Aber bei denen kann man nie wissen. Mein Sichtfeld fällt das irgendwie voll nah. Ja, du kannst das größer machen bei Grafik irgendwo. Ja, mach ich mal schnell. Kümmern euch um sie! So ein Video? Nee. Naivwo war das. Müssen wir durchschließen. Gameplay? Ah, Sichtfeld. 22. Muss ich noch töten oder was? Irgendetwas verhüllt jetzt stüffelt hier rum. Ja. 20. 19. Ich hab keine Muni mehr. Ja, mach weg. Wie ist das denn? Mach mit dem Messer. Geht schneiden, oder? Boah, ey. Zeit lang. Also rauf aufs Hauptdeck mit euch. Ja, und jetzt kommt so ein Fett da, Digga. Ich hab mir ein Schutzschild gekauft, deswegen. Oh, was ist das denn? Granate! Du tode geschockt, Kumpel! Granate! Zurück aufs Hauptdeck, Leute! Ihr müsst den Angriff abwehren! Warte mal, ich glaube ich muss da hinten jetzt den Schalter beziehen. Kostis letztes Gefecht, richtig? In Ordnung! Tun wir es! Zeppelin ist hier. Oder? Was ist das hier? Du kannst auch zur Händlerin, ne? Ich glaub dann erst. Nee. Guck mal, steht jetzt in 41 Metern, Händlerin. Auf! Yo! Verpiss dich, du Pixer, Alter! Es wird ein Ergebnis auf mich. Ey, der ist ungesiegbar mit diesem Zeug. Oh, dann ist es eigentlich so gut. Digga. Ja, was weiß ich, wo die Händler sind. Jetzt. Und. Nach uns. Okay, hier ist das Geld aufweilen. Ich hab nur noch eine gerade. Hallo, Sirene! Hallo, Juk! Und den dahinter einfach braucht ihr noch zwei. Inschlage dich nieder! Es kann nicht! Es sind nur noch die beiden. Das geht sicher! Könnte es nicht mehr sein. So, das kann ich wieder zur Händler-Kapseln. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Ah, siehst du? Warte mal, es wird irgendwie angezeigt. Oh, mein Gott, wo ist die? Was soll ich mir jetzt hier kaufen? Keine Ahnung, was du willst. Ich kenn mich doch auch nicht aus. Feuerachs. Kauft ihr ihnen eine Waffe? Kann ich nicht. Kann nur Katana, Feuerachs oder eine Nagel. Ne, du kannst oben auf alle gehen und so. Was? Ah! Oh! Ich füll erstmal alles auf. Wir sind gut, Leute. Seht weiter zu, was ich mache, okay? Ich liebe Scherze, aber halten wir die Augen offen, okay? Was gibt's denn noch alles? So viel, Alter. Ich bin ja auch am rumkaufen. Wenn ich nicht töte, verdiene ich nichts. Und das ist schlecht. Ja, mir geht jetzt auch grad nicht. Ich hab jetzt fünf Waffen oder so. Ich hab jetzt ne Shotgun. Oh, ich hab jetzt zwei Pistolen, ne Shotgun und ne Sturmgeheer. Ich hab so ne AR, ne Pistole. Kann man die irgendwo allgemein sehen? Ja, ne? Wenn ich auf eins. Auf eins, zwei und drei. Dann siehst du damit die ganzen Slots. Naja. Ich werd erstmal so vieles geht mit dem Messer machen. Warte mal, ich heile mich grad nochmal. Hinter dir! Oh, oh. Ich muss die Waffe rausholen. Ich muss die Waffe rausholen. Oh, dicker. Was? Ich hab Feuer-Atem-Monie. Guck dir's mal an. Hier, warte. Wo kommt denn jetzt? Hier. Noch nicht tot? Ich erledige das. Hinter dir! Oh, oh. Ich muss mal meine Shotgun durch nachladen. Er holt mich, glaub ich. Der Dicke, du musst mir bei dem Dicken helfen. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ich bin tot. Digga, du kannst doch nicht so viel sterben. Ja, es gibt 50 Teufel um mich rum. Du musst immer rückwärts laufen. Ja, du musst laufen. Nee, es war komplett um mich rum. Ich konnte nicht so hin. Ich bin von allen Seiten gestraben. Wir haben eine Sirene! So, jetzt können sie erstmal nicht hier durch. Was haben sie gegen diese Tür? Ich schweiße. Bitte dir. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Und ich bin tot. 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 Und ich bin tot. Nein. Ja, keine Chance, Digga. Soll der Dreck spielen. Der schießt, er trifft! Cool. Noo. Wir haben einen Festmacht! Oho, er ist endlich tot. Ja, aber lang halte ich ihn aus. Oho. Ah, lang halte ich nicht mehr aus. Was hat da fast wie los? Okay, Jumma. Oho. Heilig war aufruf. Nee, ist cool down gerade. Hab ich gerade erst gemacht. Ja, nochmal so ein dicker. Jo. Alles klar. Jetzt kann ich mich wieder heilen. Ich hab nichts mehr. Egal, als ob ich noch 18 Stück killen muss. Mach die Kleinen mit Messer. Wo sind meine zwei? Einfach alle abschießen. Was wollen? Ich bin gefisst. Du kennst mich, nicht wahr? Verfiss euch, alter. Ja. Die zwei will ich ein Messer kriegen, glaube ich. Oh, wie schön. Ja, es kommt. Au. Verschießt die denn was? Oh, verdammt. Digger, das ist so krank, man. Und das ist nur die Vorspeise. Ohren, du verdammt. Mann, du bist dich so fit. Komm, noch vier Stück. Vier Stück. Ich schaue. Ich schaue ganz stark. Ich bin angeschossen. Ja, du willst mehr? Mach Granate oder so. Hab ich was. Das ist der letzte. Ich bin angeschossen. Verdammt. Alle Mann. Oh mein Gott. Zu den Rettungsbooten. Ja, Digger, Alter. Irgendetwas nähert sich. Etwas gefährlicher. Ab zur Händler-Kapsel. Oh. Bist du jetzt wieder da? Ja, aber ich kann nicht zur Händler-Kapsel dies zuhören. Ich habe ja etwas Munition. Du musst immer den Weg lang. Ja, ich bin da. Ich empfehle dringend den Schutzkleidung. Also erstmal links. Links alles auffüllen und links alles Schutzkleidung. Wie alles auffüllen? Ja, links. Kann man doch füllen, 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 füllen. Achso, ja. Ich weiß ja nicht, wie viel Geld du hast. Zunftgranaten. Ja, ich habe jetzt alles aufgefüllt. So, was kann man sich jetzt noch kaufen? Achso, ich kann jetzt nichts mehr kaufen, weil ich Waffen voll habe. Achso. Was soll ich noch kaufen? Die Schutzgranaten. Welche Schutzgranaten ist das? Die Pump-Action? 500? Okay. Ich habe die Drachen-Arte, heißt die. Gut, wo ist die denn? Weiter unten? Weiß ich nicht. Ich habe einfach eben... Ah ja. Habe ich jetzt auch gekauft. Wie geht es der Gruppe? Das zum Heilen. Das Messer. Was ist das? Das Tischgel. Leute, ihr müsst die Wasserreserven des Atriums in den Dampfkessel ablassen. Was? Letzte. Wir müssen hier hin. Steuerwumskonsole aktivieren. Wir müssen hier nicht genug Dampf, um es auf die Insel zu schaffen. Wenn ihr im Atrium seid, betätigt den großen Hebel. Wir müssen jetzt immer irgendwie Rücken an Rücken. Na. Ey. Bei mir ist gerade alles in Slow-Motion. Alter. Ja, jetzt wollten wir so langsam die Knarren rausholen. Ja, machen wir das. Hinter dir. Oh mein Gott. Granate weg mir. Alter, wie viele kommen denn hier gleichzeitig? Ich bin tot. Ich komme hier nicht raus. Ich bin stuck. Ja, ich bin stuck. Ja, ich bin stuck. Digga, Mann. Volles Scheißspiel. Ich versuch die Welle. Ich muss mir kurz das zu trinken holen. So lange noch Seltz im Wecken sind, kann das Wasser nicht abgelassen. So rück ins Radio. Was wird hier gebraucht? Was ist los? Ja, genau. Oh, wie schön. Ihr müsst euch auf den Kampf konzentrieren und nicht wie aufgeschreckte Hühner rumrennen. Zurück ins Radio mit euch. Wie schlimm ist es? Renn du Bastard! Jetzt wird ich ja wegschwinnig. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Einfach alle abschießen. Sicher das Atrium, keine Zeit fürs Sightseeing. Warten wir dich auf. Los, geh rein. Scheiße. Achtung, Sirene. Du kennst mich, nicht wahr? Ja, genau. Von mir aus gerne. Oh, das ist ja schon. Happiness ist, wie die Beatles sagen. Zurück ins Atrium. Dort werdet ihr gebraucht. Oh, ja, Alter. War der Spieß. Ja, Marco muss noch kurz sein Fenster aufmachen, Alter. Der ist noch 1000 Grad. Noch nicht so? Ich erledige das. So. Und jetzt verpiss ich. Oh, schau. Bei Call of Duty ist das alles viel besser. Ja. Also bei den Zombien. Lol, da liegt ne Waffe. Digga, was soll man denn gegen den machen? Triff deinen immer. Mach Granate oder so. Hab ich nicht. Ich, doch hab ich. Von mir aus gerne. Wacken wir dich auf. Digga. Ich finde dich heiß. Auf fünf. Sichert das Atrium. Könnte ich schaffen. Keine Zeit für Seitsiege. Ich hab eine Waffe, falls jemand eine braucht. Fantastisch. Das ist genug Wasser. Gut gemacht. Gleich für Ruhrstöpfel, Sirene. Das hat dir nicht gefallen. Nein. Ladegefahren. Bringt euch jetzt. Oh, ich hab's geschafft. Wie, als ob noch eine kommt. War das nicht schon die vierte? Jetzt kommt die vierte. Ja, aber Spaß macht das nicht. Das Ding ist, ich hab so viel Kohle. Ja, wie eine vernünftige Rüstung. Seht euch das an. Wir leben alle noch. Ihr könnt mir später danken. Jo, mir gefällt diese neue Sache, dass keiner stirbt. Ich glaube, du könntest etwas Munizum bauen. Ich verkaufe die Schaufel. Verkauften ja. Verkauften die Verkaufen? Ja, links. Ja, links. Ich hab jetzt eine Waffe für 900 gekauft. Ich hab jetzt nochmal Sprengwaffen. Nee, Sprengstoff. Ich hab nur 5.000. Ich hasse es, wenn es ruhig wird. Aber ich kann nichts kommen. Die Kampsel ist zu. Wird wieder Zeit, um euer Leben zu kämpfen. Boss. Oh nein. Oh nein. Hey, jetzt nur gegen den, oder was? Ich weiß eben nicht. Ja, können wir aber nicht mit dem Ding machen. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Wo denn? Ja. Hey, war doch hier eben. Wer ist er denn? Oh mein Gott. Lolle, komm. Immer Abstand halten, Digga. Ja, ja. Kann ich mal weglaufen? Ja, kannst du. Digga, verliert die überhaupt AP? Guck mal nach oben. Er verliert hier doch kein AP. Du kennst mich nicht. Oh mein Gott. Das wird ja alles verknallen. Ja, genau. Ach, man muss Nahkampfangriff dann machen. Ja, genau. Natürlich. Nee, keine Chance, Digga. Weiß ich, was ich machen soll. Okay. Ich werf so viele Granaten auf seine Mutter, Alter. Boah, ich hab noch 16 AP. Du musst dich mal irgendwie auf dich locken. Ich bin nicht tot. Naja. Nee, ich bin tot. Ah, der will ja. Er spielt sich auch voll kacke an, Alter. Und das ist nur die Vorspeise. Ah. Er spielt's dreck. Er ist voll, das hat viel. Fühlt sich jedes andere besser an. 0183. Wo siehst du das? Steht bei mir gerade. Das wird einfach angezeigt. Ja. Nächste Karte. Nein, weg. Was spät, wie mach ich das aus? Ben. Zum Destor. Tschüss.